Alles, was bleibt, King of Kings Records, Coca for Life. So, auf die Frage, was hat mich bewegt, das Album aufzunehmen, zu schreiben. So, als Musiker hat man ständig den Konflikt, dass man sich aufteilen muss. Einerseits Beruf, andererseits Freundin, andererseits macht man Musik, Beziehungen gehen kaputt. Man verliert seinen Job, man hat zu viel Zeit und den füllt man dann mit Jugendlichen Leichtsinn. Und all diese Alltagsprobleme, die einen begleitet in den letzten paar Jahren, bei mir war es auf jeden Fall so, habe ich einfach musikalisch probiert als Selbsttherapie umzusetzen. Und alles, was bleibt, ist jetzt diese CD. So, Album, 720 Tracks. Und die Frage, warum 720 Tracks, warum bis zum Anschlag voll geballert mit Tracks? Das reguläre Album, Alles, was bleibt, hat 16 Tracks. Dazu kommen die Chrysler Remix EP. Chrysler Beats hat sich die besten Sex-Tracks rausgesucht. Und seiner Meinung nach, und hat die praktisch neu interpretiert in seinem eigenen Sound. Das zu der Chrysler Remix EP. Und mit Django habe ich eine EP angefangen, das sollte ursprünglich ein Album werden, Outsiders. Aus den ganzen Problemen, Alltag, Beruf, Stress, Familie, Beziehung, Tralala, so wie das war, wurde es nie fertig. Und jetzt habe ich die Tracks einfach geschnappt und aufs Album mit drauf, weil Alles, was bleibt, von Outsiders, sind jetzt die Bonus-Tracks auf meinem Album. So sieht es aus. Alles, was bleibt, erscheint am 23. Februar. King of Kings Records, Coca for Life, Snippet, hier. Zieht sich rein. Also, ist alles, was es gibt, das hier. Die Gegenwart. Shit low in the house, motherfucker, peace up. Ich habe heute die Ehre, über das Rico Romaro Album zu sprechen. Alles, was bleibt. Ich war beim kompletten Album Entstehungsprozess mit dabei. Ich habe sehr viele Songs mit ihm aufgenommen. Was bleibt zu sagen? Bomben Album. Bombe Album. Viel thematisch, viele Alltagsprobleme, Beziehungsprobleme. Und ich höre, wer am Aufnehmen denkt, Alter, mir geht's auch so. Und ich werde mit euch, so werdet ihr auch denken, Alter. Und dann sagt Rico, hey, lass uns auch einen Song auf das Album machen. Ich sage, Rico kann mehr machen. Aber du weißt, ich gebe auch die Probleme mittlerweile einen Fuck. Ich gebe einen Fuck, Alter. Und er sagt, hey, ich gebe auch einen Fuck. Und wir haben den Song gemacht, ich gebe einen Fuck. Wir haben geguckt, was hat bei Kano für Beats am Stisi geguckt. Und haben ein geiles, ein geiles, ein Bombe Trap Beat gefunden. Für die Zeit. Mit Brass und Synthies und alles. Und dann haben wir gesagt, hey, ich gebe einen Fuck. Und haben das da draufgeklatscht. Und jetzt ist es mit auf dem Album drauf. Und das bleibt zu sagen. 23. Februar. Alles, was bleibt. Rico Romano. Peace out. Rico Album. Jetzt. Out now. Alles, was bleibt. Geile Scheiße. 27 Tracks. Man wusste gar nicht bis heute, dass so viele Lieder auf ein Album passen. Auf einen Datenträger. Wurde er, ja, wir haben angebaut auf der CD. Für ihn. Geile Scheiße. 27. Banger. Hört es euch an. Stellt es euch. iTunes. Kingofkings.de. Amazonas. Überall. In jeder Spelunke. Eures Vertrauens. Erhältlich. Der Captain spricht aus mir. Und spricht mit mir. Ein Heil auf den Captain. Outside das EP mit Django ist drauf. Dann noch die Chryser EP, die es zum Free Download schon gegeben hat. Ist aber auch noch auf dem Album als Bonus drauf. Holt es euch. Geile, ehrliche Musik. Straßenrap. Aus dem Herzen. Und ehrliche, geile Mode. Goga for life. Motherfucker. Blatsch. Blatsch. Wir haben weder die Hoffnung noch Glauben verloren. Und ballen die Fäuste. Wir schauen nach vorn. Egal was mal war, was passiert, was noch kommt. Wir bleiben jetzt standhaft zu zweit an der Front. Haben weder die Hoffnung noch Glauben verloren. Und ballen die Fäuste. Wir schauen nach vorn. Und schreibt mit dem Stift, was das Herz liegt hier hat. Und was aus Texten entspricht, ist der Schmerz in mir. Und schreibt mit dem Stift, was das Herz liegt hier hat. Und was aus Texten entspricht, ist der Schmerz in mir. Und schreibt mit dem Stift, was das Herz liegt hier.